Was ist die Steuererklärung? Was er ebenfalls nicht hatte, waren die nötigen Euros dafür. Er brauchte einfach mehr Zeit. Ich riet ihm, einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen und gleichzeitig auch die Aussetzung der Vollziehung mit zu beantragen. Es klappte tatsächlich, wenn auch nur für 21 Tage. Mehr Aufschub hatte sich der ängstliche Mann nicht zu beantragen getraut. Aber als die vorbei waren, beantragte er einmal weitere vier Wochen. Und, was geschah, auch dieser Monat Galgenfrist wurde genehmigt. Gerade bei Konfrontationen mit Ämtern kann so ein Antrag Wunder wirken. Sie holen damit jede Menge Zeit für sich heraus. Lassen Sie sich helfen von meinem PC-Programm der Antragsmanager. Damit stellen Sie in Windeseile korrekte, zuverlässige, wirkende Anträge. Mühelos, souverän, computergesteuert. Sagen Sie selbst, einfacher geht es doch wirklich nicht, sich Finanzentern und Co. vom Leibe zu halten. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Untertitelung des ZDF, 2020